Herzlich Willkommen bei Computerservice und Datenrettung Joachim Wach. Wir sind Ihr Experte für schnelle und unkomplizierte Hilfe an Ihrem PC oder Mac und sind seit 2002 in und um Hamburg zuverlässig für Sie da. Joachim Wach steht Ihnen flexibel und unter der Woche sogar bis 23 Uhr zur Seite, um Ihren Computer zu reparieren oder Ihre verlorenen Daten wiederherzustellen. Bei Computerservice Wach müssen Sie nur zahlen, wenn wir Ihre Daten erfolgreich retten können. Selbstverständlich behandeln wir alle Ihre Daten diskret und sicher. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Computer oder verlorengegangenen Daten? Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!